Ja Leute, bevor wir jetzt zum Abschluss kommen von dieser Veranstaltung, habe ich jetzt noch einen Gast bei mir. Und zwar Arne von AB Design und der heutige DJ, und zwar unser Mr. Unbequem. Schon lange nicht mehr gesehen. Servus Arne. Servus Simi. Ja und wie fandst du jetzt eigentlich die Veranstaltung? Es waren zwar nicht viele Matches, es wurde ja abgebrochen, wie du es ja gesehen hast. Aber wie fandst du eigentlich bis zur Halbzeit, sagen wir mal so? Also bis zur Halbzeit auf jeden Fall erstmal die Veranstaltung, wie die organisiert wurde, wie alle zusammengearbeitet haben. Ich glaube, da war das Motto auch Teamwork makes the Dreamwork war top. Dass es jetzt natürlich geregnet hat, da konnte man nichts zu. Aber es war die richtige Entscheidung abzubrechen, zur Sicherheit der Akteure und das Publikum hat es auch sehr gut aufgefasst. Und ja, wir sind glaube ich guter Dinge, dass wir da eine neue Veranstaltung nochmal auf die Bahn stellen und nochmal Gas geben, würde ich sagen. Ja und deswegen Leute, nächstes Mal auf jeden Fall wieder einschalten und hier Arne, unser Grafiker. Also Arne, dreh dich mal, weil das würde ich gerne mal zeigen. Leute, schaut euch das mal an. Ja, gehen wir ein bisschen vor. Jetzt stopp, genau. Hier Leute, könnt ihr abscannen. Deswegen, wenn ihr Arne mal trifft, irgendwo bei der IPW-Veranstaltung, hinten abscannt den QR-Code. Dann kommt er direkt auf seine Seite. Also AB Design. Könnt ihr ruhig mal reinschauen. Und dann danken wir auf jeden Fall, dass ihr zugeschaut habt, auch an die Leute, die direkt vor Ort waren, an alle Organisatoren, alle Reservo dabei waren. Und dann sage ich mal von meiner Seite Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.